Heyo Minecraft Freunde und herzlich willkommen zu Gangbeast zusammen mit Germless Play Hallo, Red mal Germless Play! Wo bist du? Wo bist du? Näh, äh... Edgar! Ich bin wieder der Kuh Leute, willkommen zurück zu Gangbeast! Wuhuu! Wuhuu! Mein Kuhtrauma... Der Kuhwirbelsturm ist zurück! Nein, nicht der Kuhwirbelsturm... Zeit für Beef Leute... Kommt schon, ihr alle weg so eklig... Ich bin... ich bin durch den Kauw... Hier werden Kühe verprügelt und Katzen und irgendwie nackte Oh nein, stopp, stopp, stopp Warum nicht? Das ist die Kuh Oh, doppel K.O. Die Kuh ist gefährlich, die Kuh ist gefährlich, Mann Ich schlag dich auch nicht mehr, okay? Ich schlag dich nicht mehr Ist der Modus jeden Tag anders irgendwie? Nee, die Kuh ist einfach komplett OP Ja, in meiner Aufnahme letztens ist einfach nichts K.O. gegangen, das ganze Match immer Und jetzt sind hier alle zwei Sekunden fünf Leute K.O. Ja, weil du den Barttypen hattest Ja, als wäre der Barttypen einfach gesundsterblich Ja, aber ich habe ja selber den K.O. gekriegt Guck das an, die Kuh schlägt einen immer ins K.O. Ich raffe nicht, warum das echt Vorteile macht Durch diese Nase wahrscheinlich, die einfach so Hallo, wie lange bin ich K.O.? Ja, warum kann ich jemanden hochheben? Ja, weil der schwerer ist als die anderen Charaktere Das ist so unfair Diese dumme Kuh, ich hasse die Ich war so froh, als er die nicht mehr gespielt hat Ey, ich habe echt Ich habe das Gefühl, mein Char ist so ein ganz kleines Kackchen, was nichts kann Schlag ihn, schlag ihn, ich halte ihn fest Schlag ihn, nicht mich Ja, ich helfe dir So Aber der Kuh sieht dafür echt cool aus Da, ich sag doch mal, das ist ein kleines Kackchen, was nichts kann Warum kannst du mich hochheben, wo ich nicht bewusstlos bin? Ich weiß nicht, du hast sogar so eine Atemmaske, die so ein Schnabel ist, mit der du auf mich draufwecken kannst Und ich bin gepolstert, also stell dich Was zur Hölle? Was war das für ein Dritt? Das kam weg Nein, 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 nein Ja, warum geht das nicht? Ich raff es nicht Ach man, bitte Oh, jetzt Oh Jetzt zeige ich Nein, warum werde ich jetzt kaum Ja, hallo Jetzt, ich ersticke ihn, ich ersticke ihn Er macht den Würgegriff Jetzt geht auch mal kaputt Ich will noch, dass es vorbei ist Ich stimme alles Ich stimme schon die ganze Zeit Ich stimme schon die ganze Zeit Du bist ja nicht Du mit deinen verkackten Läusen und Würmern Ich hab keine Nein, kein Kuh Was? Das gab's ja doch nie Nein Das gab's ja doch nie Dann ist der Kampf ja echt länger als bei mir sogar Ja, scheinbar Nein, lass doch warten Jetzt geh doch da runter Ich will nicht loswerden Ich hasse die Oh Gott Nach 10 Sekunden Was passiert dann? Ich will nicht loswerden Schmeiß die Katze weg Flieg doch, du ekelige Heißkatze Unentschieden Oh mein Gott, ey Früher habe ich mich auf diese Map gefreut, jetzt nur noch die Hölle Ja Okay, Mordat, wir lassen uns, wir Ja, ja, wir sind anscheinend eh Wir sind anscheinend eh Oh Oh Ui, schau mal Hallo Was passiert? Ich bin einfach runtergefallen, weil ich in den Kopffluss gehen wollte Nein, nicht so Nein Achso Ich hab dich losgelassen Ich hab dich losgelassen Was? Wie gefällt dir das? Wie gefällt dir das? Hilfe Können die die? Oh nein Hilfe Was passiert da drüben? Ich will Ich weiß es nicht Nein 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 Einfallhunden Nein, rette mich Nimm das Geht's dir doch kaputt? Nein, 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 nein Worauf macht meiner seine... Warte kurz, Klippo Ok, Klippo Oh Ah, jetzt wieder auf der Taste Oh Gott Was passiert da drüben? Wir müssen die retten Wir müssen die retten Hilfe Wir müssen die retten Ich komme Oh Gott Ich bin noch so jung Und so wunderschön Hier unten Hier ist aber niemand Hallo Zombie Hallo Ich kann mich langsam nicht mehr festhalten Ich komm und rette dich, Manu Oh Ich bin da Oh Ich bin da Ich geh wieder Nein Oh nein Kaputt Zombie Mach's kaputt Oh nein Ja, jetzt wirst du mal Palette Aber ich glaube du hältst länger durch als Paluten Weil du kurz gestanden hast Äh, welcher hast du? Oh Palette, was machst du denn? Du geiles Gerüst Paluten Ich glaube nur dafür will Paluten das Spiel spielen Ja, da freut sich immer richtig auf Gamebeasts Geiles Gerüst Geiles Gerüst Oh das ist der geile Zug Oh nein Oh nein, da kommt Paluten Ich mag Züge Lege ich das Brett weg? Ja Komm mit Maudado, komm mit nach vorne Tschüss Zombie Ich bin da Tschüss Palette Hey Hey Bist du gestorben? Ja, schein... Ne, warte, ich leb noch Oh, ich filme hier hin Oh Gott Oh nein, ich ruckel runter Oh Scheiße Oh, Hilfe 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 Hi Maudado Rett mich Ja mach ich Warte Oh, da oben tanzt jemand Halt dich fest Halt dich fest Er lebt Gib dir nur Kopfnuss Er hat doch da getanzt Ich muss hier irgendwie wieder rein Oh, warte, ich will nicht gekickt werden Hilf mir Nein Ja, warte Leute, red dir doch, Zombie Was passiert, wenn wir mal auch an die nicht klettern Au Zombie, ich komm Ich komm Ich hab dich Ich hab dich Zombie, ich hab dich Warte mal, was passiert mit dem Zug? Der wackelt ja immer mehr Ja, aber... Achso, denkst du, da passiert irgendwas kranker? Ja, die Fahrgors fallen ja auch von hinten nach vorne alle Weg Oh, da kommt jetzt eine lange Gerade Könnt ihr mal Besuch? Nein, nein Der Stein Ah Nein, Zombie, bitte Okay, ich halt mich fest Ja, jetzt ist er safe Oder auch nicht Oh Gott, oh Gott Oh, du nice entsorgt Wir fangen gegen Steine Oh, wie, das ist lustig Das wird so lustig Ah Ich will's einfach mal sehen Das wird so funny Oh Wie denn, wenn die Schienen da sind? Ui Achso Wow Ja, aber wir wissen, dass das Leveln Ende hat Ja Hallo Nein Hallo Ich hab einen Friedensvertrag mit Manu Haben wir? Ja Stimmt Was ist das verlaufen? Ey Warum haut mich der alte Mann, Alter? Calvin, ich heb ihn fest Ich heb den alten Mann fest Schlag ihn Schlag ihn Schlag den alten Mann Was ist das denn? Zombie Warte noch Ich... Zombie Nein Ich kann es nicht mehr Ich kann es nicht mehr Aua Ich finde, ich hab Angst vor der Alles klar, du warst bewusstlos Und ich bin der, der leidet So, ihr kommt jetzt mal schön mit Bitte nehm ich mit, Papa Oh Nein Nein, nein, lass los Samuel Lass los, bitte Bitte Bitte, bitte Nein, bitte Nein Nein Oh, ne, zieh den Der Gewinner gibt es ja in der nächsten Folge Ja Vor allem, ich hab fünf eingestellt, weil wir immer so schnell fertig waren Ja Ja, nicht mehr Oh, wir können hier fliegen Oh nein, das Level macht mir Angst Ich leg mich auf den Boden und hebe mich fest Okay Nein, Paulus, bitte Ich hab kronische Angst Blablabla Zombie Da halt dich an der Stange fest Ja, Mavic Lass dich sogar los Ja Ach, ja Nein, nein Oho Nein Drück X, tritt ihn X, oh nein Kein Unentziden Hallo Muss wegfliegen Warum bin ich denn? Aber wo ist... Hallo? Oh, hallo Ihr habt überlebt Ei Ja, du sieht gut aus Ich mag Eckkopf, wen magst du? Ich mag tote Manos Hallo? Wo bist du hin? Du lebst noch Schnell spring runter, Samuel Hilf Manu Spring Ich muss die Stange hier verbiegen Hä? Hä? Ich hab mich einfach nur hoch gehangelt Alter, die Stange sind ja voll cool Ja Oh, jetzt brauch ich noch einen Punkt Und dann können wir eigentlich aufhören Ja Nein, Samuel Geh weg Ich hab Axt vor der Kuh Ey, das war so klar, ne? Oh, oh Bin tot Ne, ne, du schaffst das Hangel dich raus Ja, guck Perfekt gemacht Alter, geh weg Geh weg Keiner will dich hier sehen Keiner will dich hier sehen Ja, nimm das Wo ist die blöde Kuh? Nein, die ist cool die Kuh Lass die ruhen Lass die Blöde Kuh Nein, warum, Samuel Oh Ich lebe noch Oh, oh Bitte, ich will hoch Oh, bitte Ich will hoch Oh, nein Nein Oh, nein Der Verdunnis lebt noch Der Verdunnis lebt noch Warum lebt der denn noch? Nein Ich hole Angst Warte, ich bewege die Eischhörle Siehst du's? Wir treiben Trreibt man nicht auch standardmäßig? Ihr könnt in ein anderes Land Okay, warte Ich kippe so ein bisschen in die Richtung Und dann fall ich runter Jetzt hast du deinen Punkt Ja, was ist das denn? Oh nein, Modado ist auch tot Nee, ich lieb Und das finale Mädchen der U-Bahn Wer wird den Mega-Gewinner Oder du lässt Frieden, ja? Samuel lässt Frieden, ja? Naja, doch wir hatten Frieden Jetzt, ma Samuel holt Oh, ich will Darf ich, darf ich den anderen haben? Alter, mal bitte Ich überweiß dir Ich überweiß dir Ich überweiß dir monarlich Geld Bitte Schutzgeld So, und jetzt verprügeln wir die damit Okay, okay, okay Kommt her Ich pack dein Geld Ey, viel Geld Viel Mucho Zack Ah Mucho Mucho Geldo Ja Er rafft es nicht Oh nein, da Hilfe, Hilfe Geht doch weg damit Ihr müsst deine Cola trinken Mach die auf die Bahn Und ich mach nen Deckel drauf, Samuel Achso, ich hab dich Warte, ich helf dir Oh nein Oh Oh Oh, Falloon ist unten Ja, ich muss Drehen, komm schon Oh Nein, Falloon, geh wieder runter Geh wieder runter Nein, geh weg, blöde Katze Geh runter Oh da Oh Okay, Mann Maudado gegen Paluten Ja, warte So, ich muss den abdringen Hey, lass mein Automat los Automat Lass den los Was machst du? Er fliegt auf Oh ja 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 Was? Voll in die Luft geworfen Das ist aber echt ein cooler Tod Ultraschmerzhaft Hallo Was machen wir hier? Hey, willkommen zurück zur zweiten Folge Gangbeasts Die Aufnahme ist so lang, dass Maudado zwei Folgen draus gibt Oh Ja 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 Nein Aber das ist die zweite Folge Oh Okay, darfst gewinnen Hallo Ich seh dich Spam Einfach nach vorne drücken und a-spam Ja Ah, ihr spammt! Ja, ja, wenn man springen will, muss man spammen Ja, hallo Manu Hi Warte Da ist ein Schild Hallo Da kommt noch ein Schild Scheiße Alter, Manu Na? Abfalleimer Oh Oh Ja Nein, nein, nein Da kommt ein Schild, da kommt ein Schild Da kommt ein Schild Okay Stopp, 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 jetzt Warte Du hast ihn K.O. geschlagen Nein, 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 nicht aufstehen Nicht aufstehen Oh Bro Ah Ich hab ihn Ey, was? Was sind das? Jetzt Oh Warte, warte, schild, schild, schild gleich Schild gleich, aber warte, wir time, ja? Noch Krieg Okay Ich hab ne Idee Schild, schild, schild Ich hab ne Idee Nein, nein, das kannst du da nicht tun Ich bin so jung Oh Gott Ja, eindeutig gewonnen Alter Ich war so jung Da wurdest du komplett zerfetzt So jung Na ja So jung, so jung Was? Ja, ab 20 ist eigentlich alt Vorbei Hey Leute, willkommen zur dritten Folge Vielleicht ist es echt die dritte Hallo Vielleicht ist es echt die dritte Wir können sie bestimmt sein, ey Hallo Oh, das war knapp Sind ab heute nur noch 5 Minuten Folgen Ja Lass mich los, du blöde, ässliche Katze Ich helf dir, ich helf dir, ich helf dir Ich bin nicht hässlich Ich hab ihn auch, ich hab ihn auch Jetzt einfach rein damit Oh nein Oh nein Bleib da, bleib da, Leute Leute, bleib da, bleib da Ich hab dich fest Ich hab was Ich bin aus dir Niemand bringt sie hier um Lass mich los Palette Ich bin aus dir Niemals Okay, er hat mich los Alter Mann Hilfe Nein Bring ihn um Ich warte hier auf dem Fließband Ich bin hier zuhause Nein Oh nein Nein Ich hab Palette Mein Fließband ist mein Haus Hallo Ach, machs nicht, oder? Und ich hasse Besucher Machs nicht, oder? Ich hasse Besucher Hallo Sag mal, jetzt geht es aber ein bisschen weit, ne? Ich darf ja wohl in meinem Haus jeden verbrennen, den ich will Nee, ich wohne hier Was? Du? Ich war bewusstenlos Du kommst mit Ja, ja, aber trotzdem gewonnen Ja, ja, trotzdem tot Ach komm, mach zwei Minuten vor und willkommen zur achten Runde Das war's mit der dritten Folge, Leute Wir sehen uns beim nächsten Mal Ey, Leute, willkommen zur vierten Runde Frieda Mann Ich will da hoch Mach den Kuh-Tornado aus, der ist müh, wenn er wüsst, sieht Ey, ey, warum greifen sie mich an? Du hast mich verbrannt in meinem eigenen Haus Ich mag das nicht, dein Haus Ja, aber lässt du ruhig Ich hab ja keinen WG 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 Du machst den Abwasch Ich hab mich selber K.O. geschlagen grad Wir haben eine Spülmaschine Oh oh Hä? Okay Hier, wir haben eine Spülmaschine hier Okay, dann putzt du auch durch Was? Nein! Hallo! Ja, guck mal, ich hab mein Laserschwert Ah! Und das ist gefährlich Ach man! Wie kann der Maudado da noch gewinnen? Ja, ich weiß es nicht Es war echt irgendwie so eine halbe Sekunde oder sowas Ich glaub ich damit will, dass es vorbei ist Das ist echt so eine lange Runde Leute, wir spielen seit sechs Stunden Seit 23 Minuten Seit 23 Minuten Ich hab schon zweimal Geburtstag seit die Folge waren Ich hab schon zweimal Geburtstag seit die Folge waren Wo ist Manu? Oh! Ja, ich bin doch oben Ich bin doch Ich war oben Alter man, ich seh's doch Ich seh doch Warte, ich beschütz dich Manu Ich beschütz dich Manu So Ey! Warte Lock den Lock den in die Nähe des Daches Ich hab dich so gut beschützt Manu Guck hier Komm her Du kannst ihn auslachen Du kannst ihn auslachen Komm her Okay, okay Warte, ich komme Hier Da ist er weg Ich hab mich nicht mal mehr gesehen Wo ist der andere? Der Oh Warte, warte, was ist hier geschehen? Ist der tot? Warst du das Manu? Oh Gott, ich bin ohnmächtig Manu hat ihn umgebracht Ich hab noch nie einen Toten gesehen Hallo! Hä? Er lebt auch noch Hä? Hilfe! Wer verstört mich in meinem Schlaf? Nein Nein Wir haben einen Gott belästigt Herr Kuhgott ist erwacht Aaaaah Ich boxe einfach nur rein Wen wir dich umbringen Wen wir dich umbringen Hä? Auf die Kuh Ich bin verstellt Wo ist der andere? Der Ermittler Hä? Siehste? Merkste? Hallo! Oh, Alter Wie ein Messersack Oh Zambi? Ja? Ich seh deinen Huf Nein Ich seh den Hä? Musst du die Satellitenschlüssel anbringen? Ja, damit fliege ich nach Hause Kannst du mich hochheben? Boah, Alter Ist das ein Akt Bin echt fett Oh Ja, ich hänge Oh, ich bin da Guck mal was ich beim Popo Ich bin mit hängen Und jetzt tanz auf dem Schirm Von der anderen Seite Von der anderen Seite Ich bin noch nicht drin Hä? Hä? Maudado hat gewonnen Yeah Ist Maudado der Schirm? Ich seh nur seinen Schatten da unten Ja, ich wollt auch rein Habs aber nicht geschaut Ich komm immer noch nicht rein Oh man, das ist alles zu Vielen Dank fürs Zusehen Schaut bei den anderen vorbei Äh, die hatten zweimal Geburtstag seit dem letzten Mal Ja Also, gratuliert den gefälligst Und tschüssi Tschüss Tschüss